Willkommen zurück zu Age of Mythology The Titans, locker eigentlich mehr Extended Edition. Bloß das neue Atlantis, die Kampagne ist ja von The Titan. Nun sind wir beim 9. Level angekommen, Raserei. Custer und Ajax machen sich auf zu den Nordlanden und einen tobenden Titanen zu stoppen. Wie ihr da seht, ist es ein Frostriese. Also, das ist der neueste Held von Age of Mythology für Titan. Also einer von den 5 neuen Helden, die belebbar sind. Ja, die Kampagne ist auch bald vorbei. Ich wünschte, wir hätten diesen Wächter bei uns. Ja. Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen. Dieser Titan scheint viel schwächer zu sein. Das ist kein Titan. Richtig. Der Titan ist dort drüben. Ich bin König Volstag. König Volstag? Kämpft ihr gegen den Titan? Ja. Ich wollte gerade meine Leute sammeln. Ich glaube, sie können ihn ein wenig aufhalten. Ich glaube, wir sollten uns zusammentun. Na, guck mal. Da ist ein Held zurückgekehrt. Und zwar auf Vollstags-Bannerträger. Ich habe eine Siedlung für dich. Errichte eine Siedlung dort. In dieser Schlacht wirst du viele Männer verlieren. Diese Not-Männer werden dir beim Bau des Lagers setzen. Errichte die vom Vollstags-Bannerträger zur Verfügung gestellte Siedlung und errichten sie ein Lager. Na? Hver ist das? Vollstags-Bannerträger? Also wer Age of Mythology die erste Kampagne geguckt hat, der weiß sicherlich, wer es um Vollstags ist. Nehmt's gut, hat er damals die Flagge vom Vollstags-Bannerträger geklaut. Ja. Ja. Ja, am Vollstags war ja auch ein Begriff von Regenleif gewesen. Ne, ich glaube, mit denen konnte man keine Reliquie sammeln. Ne, leider nicht. Das Gute ist bei König Vollstags, er kann den Titanen einfrieren. Das ist deine Spezialfähigkeit. Aber nur bei Titanen. In-Wedge-Ak. Tai-Yu. Damit habe ich gedacht, dass König Vollstags bis hier zu mir kommen muss und mich auch töten muss. Aber er darf ab hier dieses Dorf nicht zerstören. Seine Route wird hier so lang sein. Und wenn dieses letzte Dorf hier zerstört ist bei mir, dann ist das Level vorbei. Der ist-Ak. Ein-Wedge-Ak. U-I-Ak. 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 Ich weiß. Diese dienen sich überhaupt für den Ding. Mann, Titan! Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt nicht, wie der heißt. Ich weiß, in Ägypten heißt der Titan Cerberos. Oh, ihr seid so lahmarschig. Wir müssen den Titanen aufhalten, bevor er alle Dörfer zerstört. Der Nitek könnte dieses Ungeheuer töten. Ich werde ihn rufen, aber das wird dauern. Die Zeit ist einfach viel zu lange. Halten Sie den Titanen auf, bevor er alle Wikinger Dörfer zerstört. Das wird zu lange dauern. Also es dauert einfach zur Zeit. Man schafft den Titanen auch, bevor dieser Nitekörger da ist, zu vernichten. Ich mache euch mal zu Helden. Anscheinend kann Vollstag den Titanen einfrieren. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Nur mein Atem kann den Titanen aufhalten. Ja, und bis sein Dings wieder alles da ist, dann dauert es eine Weile. Ja, ja. Tilbúin. Fjósamaður. Ja. Ja. Samþygt. Skip hann. Ja, ja. Tilbúin. Du gehst deridiere. Und du thatst. Ja, du sagst. Und du sagst. Du sagst dir auf, warum. Du sagst dir auf. Du sagst dir auf. Oh Naah Und der Elch verblutet erst mal in Ruhe. Oh. Okay, jetzt kann ich ihn mir holen. Was? Ach ja, stimmt, er sammelt nur 50 ein. Samþykkt. Skip ham. Ja. Kommt, meine Brüder. Das war mir so klar. Aber das finde ich doch sehr nice, dass ich auch Frostriesen geschenkt bekomme. Taillu. Taillu. Irrefer. Juhi er. Akr. Juhi er. Taillu. Akr. Ja? Soll ich nach dummen Ideen kommen? Taillu. Irrefer. Irrefer. Juhi er. Juhi er. Juhi er. Etimus. Oh cool, noch eine Reliquie. Erhöht die Angriffsschaden... Wann? Gaias Buch erweitert. Erhöht die Angriffsschaden der Kavallerie gegen Titanen. Erhöht sie. Erhöht die Angriffsschaden der Kavallerie gegen Titanen. Erhöht sie. Erhöht sie. Was war eigentlich das für ne Reliquie? Stell eine kleine Rotrensalf zur Verfügung. Ah. Ja. Es geht mal? Für unsere Mother. Ja. Juhi er. Ein weiteres Bauch wurde zerstört. Ein weiteres Bauch wurde zerstört. Dann für das. Willst du ein Bäumchenleister für ihr kriegen? Nein? Dann ruhig. Juhi er. Tilburg. Und jetzt geht er zum nächsten Dorf. Tilburg? Ja. Beidimadur? Ist hier keiner mehr irgendwo? Titan? Nicht dass der auf dumme Ideen kommt. Der Titan. Und zu meinem Dorf geht. Ne. Ist wohl lieb. Einfach mal so angreifen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee. Ne. Hohoho. Tilburg. Sköparen. Okay, ich habe auch nur drei für Holz. Ein weiteres Aufwuchs ist das schon. Entschuldigung. Ach, da leise. Entschuldigung. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Okay. Du bist. 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 Sieht ja auch so aus, ich bin zu Pantifus. Aber wieder mal ist Amandra gefallen. Wie ich gesagt habe, den Nick Hörger ist das Schwachste nicht, den überhaupt zu rufen. Normalerweise greifen die mit an. Wollen die es jetzt nicht tun? Ich habe keine Antwort dafür. Das war so leichter. Genau, schön den folgen. Oh Leute, haut da mal alle ab. Gereg. 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 Oder reden hier alles Spanisch. Und der nächste ist weg. Gereg. 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 Zehnten Level. Zehntem. Wie? Zehnten Level. Dann sage ich noch Tschüss. Gereg. 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 Zehnten Level. Gereg.